ein wunderschönen guten morgen aus hamburg mein name ist carlos martin sie hören uns live aus dem traders club training raum wir bereiten uns auf unserem morgendlichen dax trade vor und auf der rechten seite sehen wir heute kein gap und wir sind ja bei 16.053 ich platziere jetzt mal bei 16.000 optimistisch bei der big number wenn es nicht sein sollte dann wechseln wir und gehen auf die 16.100 was haben gestern die blauen boxen gemacht gestern abend sehr ruhig dann gab es gestern abend frühabend hier diese 18er box am mittag 19 und 17 12 und im dritten anlauf in den gewinn gelaufen die 13er sehr schön 13,5 direkt in den gewinn gelaufen die 13,5 die haben wir gestern verpasst die wäre also super gewesen den gewinn und hier in der 21er auch in den gewinn gelaufen also die blue boxen nach wie vor stark die kleinen so gehen wir in die wola boxen ich gehe jetzt mal auf fünf minuten war spielt ja keine rolle und hier sehen wir 1 dann haben wir zwei hätten wir hier ein drittes mal ein viertes mal ein fünftes mal ein sechstes mal treten können die wola boxen ja in der mittagszeit sollten wir das aber nicht machen die haben wir gestern getradet wo kommen die wola boxen heute rein die große frage so da habe ich meine wola box die wola boxen kommen rein bei 16.000 und 89 16.000 und 89 also etwas höher durchaus denkbar dass wir die vielleicht heute sogar nehmen ja weil wir sind wir 30 punkte entfernt für einen etwas größeren trade 16 89 ok schon mal vorbereiten okay jetzt geben wir wie immer in die dailies rein und fangen heute an mit ö ö ö ein meiner großen schlechten trades für dieses jahr 2 21 das kann man schon sagen ein großer fehler von mir nicht nur dass ich den nicht geschlossen habe sondern auch hier im august die zweite möglichkeit gehabt habe diesen öl zu schließen das sollte ein wieder große lehre sein sofort die reißleine ziehen wir sind und haben ein short signal bekommen während meines nicht aufenthalts hier am trading test da war ich in südtirol und wir sehen der markt dreht wieder ich habe ja die marken mal eingelegt die für mich zumindest für mich relevant sind das 38 retracement wenn er da noch mal runter kommt dann muss ich hier alles mal ziehen bis dahin auch ein auf den auf die mütze geben wenn der ölpreis hier nach unten fällt wir gucken uns die zick zack linie an so fangen an bei daily long vier stunde long 30 stunde long 30 long 15 long fünf minuten naja der fängt sich gerade dort das ist öl bleiben wir dabei bei oben gold dazu gold auf daily long 4 stunde long stunde long und 30 short 15 short und 5 auch short also da leichte tendenz nach unten nächster markt ist s&p 500 500 daily long daily long 4 stunde long 4 stunde long stude short 30 short 15 long und 5 minuten auch long dow jones daily long 4 stunden long stunde short 30 short 15 long und fünf minuten auch long und jetzt gehen wir in bitcoin 66.000 daily long gestern das hoch gehabt bei 68.000 vier stunde long stunde long 30 short 15 short und fünf minuten long ethereum 4700 daily auch gestern hier das hoch bei 8 und 4800 vier stunde long stunde short 30 short 15 short und fünf minuten long und der letzte markt ist der gut old german dachs daily long vier stunde long stunde long 30 long 15 long und fünf minuten auch long also all along und wir bereiten uns jetzt auf unseren trade vor und noch mal zu den spielregeln big number wird jeweils dreimal getradet auf den big number level also 16.000 oder 16.100 wir gehen bei den big numbers mit geringem risiko rein beste handelszeit hierfür 9 bis 9 40 da ziehen wir den trade durch bis zum bitteren ende ansonsten die empfehlung für alle neuen club mitgliedern die in der ausbildung auch stecken ab dem fünften trade bitte zu stoppen um dann genügend pulver im hintergrund zu haben um den trade dann am nächsten tag mit einer vola box wieder auf zu lösen für einen hedge auflösung straight mit dem vola boxen mit also gerungen größeren risiko sind idealerweise sollten die boxen 30 40 punkte von dem eröffnungskurs entfernt sein ja dann wäre das ideal wenn wir dazu dicht dran sind ist die aufschaukelungsgefahr relativ groß aufpassen mit dem daily pivot und big number wenn beides zusammen liegt bei den blue boxen ähnlich kommen wir in eine blue box rein eine kleine unter 20 würde ich sogar auch in der vormittagssession ein erhöhtes risiko jetzt mittlerweile eingehen zur jahresendrille auch hier im live trading raum um noch ein bisschen den turbo einzuschalten blue boxen kleiner also wie gestern diese 13,5 wenn wir die nicht verpassen die würde ich dann mit größeren risiko fahren was heißt größeres risiko also dann auch als wenn es ein hedge auflösung straight ist das heißt wir starten mit dem risiko als wenn wir in dem fünften trade wären ja ihr könnt ja da mit vielleicht der hälfte erst mal anfangen um ein gefühl dafür zu kriegen mtx mtx gestern haben wir den mtx trade als box getradet und hier auch noch mal zur information wir bleiben natürlich dabei dass wir auch die short trades treten und long trades treten auch hier sehen wir gestern nachmittag hätte man das getradet hier wäre auch hier ist ein erfolgreicher box trade und mtx trade gewesen hätte wenn und aber wir konzentrieren uns wir sehen hier eine rote sonne wenn der rote heik in aschi kerze hier reinkommt dann könnten wir hier eventuell short traden das der fahrplan 89 kommt circa die box rein also das heißt wir werden bei dem niveau von gestern hier irgendwie reinkommen ja vor herausforderung und die ungeduldigen ja also wir bleiben in unserem trade elenor dietmar guten morgen und stehen kurz vor unserem gewinn ziel stehen kurz vor unserem gewinn ziel 0,2 zielmarke hier für den box trade können wir auch auf 14 reingehen aber wir sehen es jetzt hier live unser trade geht jetzt in den gewinn und das sind doppeldecker denn wir sind einmal mit mtx voll volles risiko eingestiegen und mit der box tagesziel erreicht 0,15 und wir haben die box unten bei 16.014 die darauf wartet dass wir einsteigen also dass die beiden trades ich verabschiede mich hier für unseren video tagebuch der trade ist in den gewinn gelaufen und Und